So, jetzt kann ich euch nochmal zeigen, die Gegend hier, die Landschaft, ja, auf der einen Seite links sind die Berge, noch höhere Berge, und wenn man jetzt hier geradeaus weitergeht, irgendwie so anderthalb Kilometer, ist das Meer schon, allerdings ist das Kurs für uns schwierig zu erreichen. Hier ist dann quasi unser Caravan für diese Zeit, da geht es rein, da ist noch ein Buch, schöne Liege, alles ganz toll, ja, da oben blüht alles, das ist die schönste Zeit in Spanien, habe ich mir sagen lassen, weil nachher, wenn es heiß wird, trocknet alles aus. Das ist der Caravan, eine Sitzecke, die wir nicht benutzen, wir sind ja immer draußen, da ist unser Bett, natürlich nicht aufgeräumt oder so, da ist ein Schrank, da sind unsere Klamotten drin, man könnte hier kochen, machen wir nicht, weil bei der Maria gibt es so lecker Rohkostessen, ein kleines Heizgerät, ja, so viel mehr, ist da nicht zu sehen. So, und wenn man hier rausgeht, macht mal einen wunderherrlichen Blick, ja, schaut euch das an, ist das was? Also, toll, ja, den Berg geht es jeden Tag hoch, Richtung Frühstück, Abendessen, ja, und überhaupt hier, einfach toll. Also, dann bleibt ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020